Musik Yo Leute, bevor das Video anfängt, wollte ich noch was sagen und zwar haben wir PvP-Kit gespielt und wir sind einfach nicht auf den Trichter gekommen, dass wir immer das gleiche Kit haben wir dachten immer, wir haben verschiedene Kits was eigentlich voll dumm ist und es war einfach mitten in der Nacht so 2 Uhr nachts oder so und bitte nehmt mir das nicht so übel beziehungsweise uns und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video es ist einfach saulustig geworden Yo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, ich habe einen special Guest mitgebracht und zwar den Avenue er macht Musik auf seinem Kanal und ja, stelle ich euch mal kurz vor Ja, hi Leute ich mache auf meinem YouTube-Kanal Musik da könnt ihr euch ja gerne mal drückklicken, wenn ihr Bock habt und ja Ja gut dann würde ich sagen, starten wir auch gleich wir haben hier ein 1 gegen 1 PvP und wir sehen uns in der ersten Runde bis gleich Yo Leute, da sind wir schon in der ersten Runde und es geht auch sofort los Ich kenne die Maps überhaupt gar nicht Ah, da hinten ist schon der Farbe Warte, wieso hast du eine Jammer-Tostung? Habe ich auch einer? Weil ich einfach ein gutes Kit genommen habe Ich mache hier voll voll unter Wetter Ich spiele das Kit zum ersten Mal einfach Spotschka, boi, boi, tada, boi, boi Ah, ich bin in mein eigenes Feuer gerannt Ich bin auch einfach Oh Scheiße Also wir beide spielen den Mode zum ersten Mal Wir haben eben noch mal eine Proberunde aufgenommen aber sonst eigentlich zum ersten Mal also sozusagen zum zweiten Mal Ja, scheiße Und es ist einfach so lustig Ich habe es immer mal auf YouTube gesehen habe aber nie wirklich Ich wollte es immer gerne Was hast du denn für ein Kit? Hast du dieses Lava-Kit einfach? Ja, habe ich mir fast gedacht Du hast einfach das Lava-Kit genommen Ich habe das Extreme-Kit genommen Du bist ja nur mit deinem Bogen rum, ey Ja, ich weiß Ich habe auch voll Angst, wo zu kämpfen Oh Scheiße, ich renne einfach in die Lava Ihr merkt schon, dass wir einfach die absoluten Noobs sind in PvP Peng, voll in die Fresse Peng, voll in die Fresse Ich werde einfach durch das Feuer sterben Nein, 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 nein Ich mach rein, Scheiße, einfach Und er ist da Okay Wir sehen uns in der nächsten Runde Bis gleich Okay So, dann willkommen zur Runde 2 Und ja, kann losgehen, ey Ja, ich bin einfach total schlecht Und wie gesagt, Fabi spielt auch das zum ersten Mal Ja, aber wir können natürlich locker mit diesem Kit mithalten Weil wir einfach bessere Na, was heißt bessere Aber auf jeden Fall gleiche Oder ähnliche Ausrüstung haben Ja, aber das Problem ist Glaube ich, du hast mir Aua Habe ich mich getroffen, nein Oh, verdammt Hä, wieso geht das einfach nicht? Ja, sowas von Du brennst einfach Brenn, du Sau Einfach Du hast Dein Arx aus Feuer Nein Peng, voll in die Fresse Peng, voll in die Fresse Bleib mal kurz stehen Ich will mal was ausprobieren Nee Wieso nicht? Aua Ey, wieso Wieso packt das einfach so? Es macht einen Es ist einfach so lustig Also wenn ihr wollt, dass ich öfter mit Fabian aufnehme Dann Schreibt es mal unten in die Kommentare Es ist einfach so lustig mit ihm Weil wir schon Wirklich Ewigkeiten Ich werfe einfach irgendwelche Tränke Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße Ich esse jetzt, ich snack jetzt einfach einen Goldapfel Ja, ich glaube aber Weil ich einfach sonst nicht weiterkomme Und ein Goldapfel ist einfach geil Einfach mal gucken Oh, oh danke Ich bin gelöscht Ich snack mir jetzt einfach nochmal ein Goldapfel rein Ey Und wie gesagt, ihr merkt ja Ihr merkt schon Oh scheiße, oh da sind Goldapfel gegessen Oh scheiße Ihr merkt, ich bin einfach ein schlechter PvP-Spieler Wie ich das schon in den anderen Folgen gesagt hab einfach Und ja, Fabi ist genauso schlecht einfach Und das ist gerade Gerade das ist so lustig einfach The fight of the big noobs Ja, echt so Hallo, was bringt der Goldapfel eigentlich Dass du mehr nehmen, Rex Scheiße ey, das ist ja richtig asozial Deswegen nehm ich die Oh, ich hab schon eine Goldapfel einfach aufgefuttert Ich hab einfach so viele Goldapfel einfach aufgefuttert Ich hab einfach 5 Goldapfel gehabt Und Für den Punkt eigentlich bist du der Ja, wo bin ich denn? Also Ich weiß auch nicht, wo ich bin Oh scheiße Ich glaub das Klicken, das hört mir jetzt richtig extrem einfach Ich hab ja sowieso die billige Maus einfach von Aldi Und Das hört man einfach Ey, wie viel Leben hast du denn noch? Wie viel Leben hast du denn noch? Alter Alter, stirb doch einfach Bleib doch stehen Mein lieber Freund Oh scheiße, ich hab mich selbst angezündet einfach Wie viel machst du denn noch? Ich fühl zu viel einfach Scheiße Oh scheiße, ich muss weg hier Nicht in Dava, nein, nicht in Dava Wie das einfach aussieht so stark Oh, so lustig Also ihr merkt schon, ich raste total aus im Farb Und raste auch Absolut aus hier in diesem Modus einfach Weil das so lustig hier einfach ist Ich treffe nichts, ey Ich treffe nichts Wo bist du denn? Da Aua Bist du backt das einfach Bist du backt das einfach die ganze Zeit rum? Das ist voll unfair Ich hab den gleichen Bug wie du Du hast viel mehr Erfahrung hier Aua Wieso Erfahrung? Ich spiel das zum ersten Mal Ich spiel das zum ersten Mal genau wie du Und ich bin Also wirklich Du kannst meine Zuschauer fragen Ich bin ein absoluter PvP-Noop Also richtig Wirklich so ein richtiger Noob einfach Aua Hey, das tut nicht Mit dem Bogen komm ich einigermaßen zurecht Weil ich Auch auf bewegte Ziele Das hab ich mal geübt Einfach auf bewegte Ziele Zu Schießen Och, komm Leck mich doch Ja, ich hab keine andere Chance Hast du Hast du noch Gold, Ed? Nein Ich hab ein Eimer Wasser Ja, das ist ja geil Das ist ein Eimer Wasser Und es lacht einfach Es lacht einfach Aber es ist so lustig einfach gerade Es ist so lustig einfach Die Runde muss ich einfach gewinnen Und damit will wir wirklich So ein episches Finale haben Einfach Ey Jetzt spiel mal schon oben Und kämpf wie ein Mann hier Ja Ich kämpf doch wie ein Mann Oh scheiß einfach Oh Oh, es lacht einfach Es lacht einfach Ich weiß nicht warum Es einfach lacht Aber es lacht einfach Es lacht einfach Die ganze Zeit Es lacht einfach Es lacht so richtig extrem Und ich weiß einfach nicht warum Leute Ich weiß es nicht Ich weiß es einfach nicht Ich weiß nicht warum es lacht Es tut mir so leid Es tut mir so leid Okay Ja, also Ganz ehrlich Leute Ich kann nicht sagen Warum es jetzt Wirklich am Ende gelacht hat Aber es ist so lustig Und ich nehme die Runde einfach Weil es einfach so saulustig war Und Ja Wie gesagt Entschuldige die Lacks Aber es ist einfach so saulustig gewesen Und ich würde sagen Wir sehen uns in einer nächsten Runde Bis gleich Jo Leute Und da sind wir auch schon In der nächsten Runde Und zwar Was ich noch erzählen wollte Das war saulustig Wir wollten ja ganz spontan aufwählen Wir haben unseren Skype getroffen Und das was so lustig ist Einfach passiert Wir haben gesagt Ja vor der Aufnahme Wollen wir doch was pressen Einfach Und dann haben wir einfach Eins zu eins Einfach das gleiche genommen Einfach genau das gleiche Und ich habe mich glaube ich selber mit in die Luft gejagt Einfach Äh ne Eins zu eins Das gleiche einfach Geholt Wir haben uns beide Brot Einfach mit Nutella gesnackt Sau lustig einfach Und wir haben sogar das gleiche Brot genommen Wir haben einfach sogar das gleiche Brot genommen Das ist so lustig einfach gewesen Es ist einfach saulustig Und ihr seht schon Ich bin voller Anspannung hier einfach Ich habe einfach das TNT Kit Selbst Leute wenn ihr denkst Dass es nicht so lustig war Wir sind sieben Kilometer auseinander Und wir kamen auch noch fast zeitgleich zusammen Wieder in unser Zimmer Also Das ist sowas von Ich bin Also ich kann ja nochmal erzählen Und zwar ganz genau Wirklich Ich bin ins Zimmer rein Und habe ihn dann schon gehört Wie er sich hingesetzt hat Also wir sind zeitgleich einfach hin Und dann haben wir gesagt Ja ich habe mir was zu fressen geholt Was hast du dir denn geholt Ja ich habe mir Nutella mit Das Brot mit Nutella geholt Und Fabi dann auch Ja wie isst du das denn Nippst du das ein Oder hast du das drauf gestrichen Ja ich nipp das ein Genau das gleiche Und dann habe ich einfach die Kämmerung gemacht Habe dann das Brot angezeigt Ja ich habe mir zwei Stück Brote geholt Er hat sich auch einfach zwei Stück Brote geholt Also auf jeden Fall Für Galileo Mystery Und auch genau Wirklich das gleiche Brot Das einzige was nicht gleich war War dass ich das Nutella In eine Schüssel gepackt habe Und er hat das einfach auf den Teller gepackt Und so sah lustig einfach Und ja ich würde sagen Wir sehen uns einfach in der nächsten PvP Runde Ich hoffe ihr findet das genauso lustig wie wir Und ja Das ist mal was anderes als die Survival Games Ja wir sehen uns in der nächsten Runde Bis gleich Jo Leute da sind wir wieder Und ja ich habe einfach vergessen Kit auszuwählen Ich habe ein zufälliges bekommen Und ich will mal Oh Scheiße Oh Scheiße ist das heftig Oh Scheiße ist das heftig einfach Hast du auch Potion genommen? Jo ich habe auch das Potion Ja und ich habe einfach Wie ist das eigentlich Der der die Anfrage Achso der der die Anfrage Macht Der Der bestimmt das Kit Stimmt ja Oh nein Oh nein Oh schnell werft Warte Träumt Heilung Ich sollte vielleicht mal kämpfen Oh und er hittet mich einfach Er hittet mich einfach besser als Er ist einfach besser Und er hat das noch nie gespielt Das muss ich mal sagen Er hat das noch nie gespielt einfach Okay wir sehen uns in der nächsten Runde Jo nächste Runde Ja sowas von Es ist einfach lustig Und ich weiß nicht ob ihr das lustig findet Wenn ich einfach fail Das ist einfach Voll lustig finde ich Das ist einfach Ich finde es so lustig einfach Ich gucke auch so Leuten zu Entweder sind die richtig gut Oder die failen die ganze Zeit Das finde ich so lustig Deswegen gucke ich auch solche Leute Wie Concruffler zum Beispiel Die einfach so So abfailen Einfach das ist manchmal so lustig Oh und das klicken hört man Ja ich weiß Leute Ganz ehrlich Ich kaufe mir bald eine neue Maus Ja die Maus macht es nicht mehr lange Also ganz ehrlich Leute ich kaufe mir eine neue Maus Ich verspreche es euch Sobald ich Geld habe Ich habe Geld gerade aufs Konto bekommen Bisschen muss ich noch bezahlen Und ich verspreche euch Ich kaufe mir eine neue Maus Weil mir geht das auch auf die Nerven Und ihr hört es ja selber Der Klickfilter erbringt einfach nichts Ich mache immer einen Klickfilter rein Ich mache immer einen Klickfilter rein Immer Also ich verstehe es einfach nicht Okay wir machen nochmal eine letzte Runde einfach Und diesmal bestimme ich das Kit einfach nochmal Weil ich wieder verloren habe Und ja bis gleich Jo Leute und dann sind wir auch schon wieder Und diesmal haben wir einfach Das Bogen Kit genommen Weil das ist einfach So einen epischen Bogenfight Den braucht man einfach Zwischendurch mal Weil Fabi jetzt schon ein paar Mal gewonnen hat Und ich mit dem Bogen jetzt nicht Der Schlechteste bin Sag ich mal Ich bin auch nicht der Beste Wie ihr wisst Aber ich habe ihn schon einmal gehittet Oh ich bin einfach ins Wasser Ich bin so ein dummer Bastard manchmal Das ist doch wirklich so Ganz ehrlich Leute Schreibt mir mal in die Kommentare Was für ein dummer Bastard ich auch bin Das ist doch wirklich so Nein und er Und nein und Scheiße und überhaupt Und Nein Oh ich Ich werfe einfach den Ich versuche einfach mit dem Pfeil zu schießen Ich versuche einfach mit dem Pfeil zu schießen Und er hat mich wieder Er hat mich einfach wieder Also Kinder Das nennt man Vergewaltigung Ganz ehrlich Leute Ich weiß nicht was ihr dazu sagt Ich weiß dass ich das Schlechteste bin Das braucht ihr auch nicht in die Kommentare schreiben Ich weiß es einfach Und jetzt ist einfach wieder so ein Anzeigefehler Das regt mich voll auf So ein Anzeigefehler Man denkt dann wirklich Man schießt einfach nicht Oh ich bin einfach wieder ins Wasser gefahren Ich bin manchmal so dumm einfach Oh es ist einfach Ich bin manchmal so dumm einfach Leute 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 Kann mir mal irgendjemand einfach beibringen Wie man PvP spielt Ganz ehrlich Ich bin einfach so schlecht einfach Och Mensch Komm Leute Dafür dass der Kähnlöl hier die ganze Zeit verliert Könnt ihr trotzdem Daumen hoch für das Video da lassen Damit er wieder aufgeheitert wird Ja Ganz ehrlich Ganz ehrlich Leute Also ich bin immer so glücklich Wenn ich Daumen hoch kriege Oder Oder Kommentare Also ich bin so glücklich Immer wenn ich schlechte Daumen habe Lese ich einfach eure Kommentare einfach durch Das ist saulustig einfach Und Ja Also es ist total witzig Ich lese nicht nur eure Kommentare Ich lese auch bei vielen anderen YouTuber einfach die Kommentare Weil es ist einfach liebe Kommentare zu lesen Und ich kriege dann immer saugute Laune einfach Also wenn ihr Kommentare schreibt kriege ich saugute Laune Und habe einfach viel mehr Bock auf Videos Ich würde sagen Wenn euch das Video gefallen hat Gebt doch einen Daumen nach oben Und wenn nicht Schreibt in die Kommentare Warum euch das Video nicht gefallen hat Und dann würde ich sagen Guckt auch bei Lieben Avenue einfach vorbei Ne Einfach auf dem Kanal Wenn ihr Musik hört Und ich habe schon ein bisschen Musik verwendet Auf meinem Kanal einfach Also wenn ihr Musik im Hintergrund gehört habt Zum Beispiel einmal als ich Call of Duty gespielt habe Da habe ich die Musik zum Beispiel verwendet Und guckt einfach mal auf den Kanal Ich werde den Link auf jeden Fall in die Kanalbeschreibung packen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Video Und haut raus Lass mich Ich habe auch Und dann würde ich noch Ich werde euch Schrauben ż�ig